Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Vegantestern. Heute bin ich ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen benebelt irgendwie. Ich bin hier auch. Annika hat gesagt, sie hat Kakao eingekauft. Ich bin kein großer Kakao-Fan, habe ich ja noch nicht super früh getrunken. Ich trinke persönlich sehr gerne Kakao. Ich dachte, das könnte ja vielleicht ganz spannend sein. Nummer 1 ist dann also hier Müller. Wie man schon sieht, bedroht kleiner, gibt es 400 Milliliter. Zu einem charmanten Vorteilspreis von 1,49 Euro. Dann haben wir hier noch die Alpro-Schokolade. Ein Liter für 1,99 Euro auf Sojabasis. Dann hier, last but not least, Oatly. Oatly. Also Oatly steht hinten drauf, aber vorne Oatly. Oatly, okay. Haferkakao. Haferkakao. Ein Liter für 2,19 Euro. Es gibt auf jeden Fall eine preisliche Diskrepanz. Wir nehmen jetzt quasi immer schön zwei Gläser, schönes Lassereien und testen nacheinander durch. Genau, würde ich auch sagen. Dann bis gleich. Liebe Freunde des veganen Schokodrink-Geschmackes. Wir haben eingeschüttet. Es hat alles einen gewissen Kakaogeruch, wenn man das ausschüttet. Das Einzige, was mir aufgefallen ist beim Einschütten, ist hier, dass der Müller Schokodrink hat dann doch eher die Konsistenz einer Wandfarbe am Anfang zumindest. Dann würde ich sagen, lass es anfangen. Am ersten. Kommst dran. Erst du. Ja, Prost. Prost. Riecht auf jeden Fall schokoladig. Ja, schmeckt auch schokoladig. Im ersten Moment finde ich es richtig süß. Und dann wird es okay. Schmeckt wie ein Kakao, so für Kinder, oder? Wie vielleicht so ein, wenn man Kakaopulver in Milch macht, aber noch nicht genug Kakaopulver früher hatte und sich als Kind immer noch was reingeschaufelt hat. Und dann war er irgendwann zu dick, so ein bisschen zu dick für sich und so ist das dann. Aber schmeckt auf jeden Fall, würde man es als Kakao verorten. Gut, dann jetzt die was? Alpro? Alpro Soja-Schokolade. Ach, Soja, okay. Genau, Soja ist ja immer ein bisschen risky, finde ich. Soja, finde ich, hat immer so einen recht starken Eigengeschmack. Und so sehr pflanzlich. Deswegen, mal gucken. Riecht ein bisschen weniger nach Kakao, aber trotzdem nach Kakao, ja. Ich finde, es schmeckt ein bisschen weniger nach Schokoladig, nach Kakao. Es schmeckt so love und so künstlich. Und hinten im Abgang habe ich auch so recht, da ist ein bisschen Eigenwilligergeschmack hinten angefühlt, ne? Also könnte halt von der Sojamilch kommen, dass die sich, also dass die da so doll durchkommt, der Geschmack. Kann sein. Ich kenne mich mit Sojamilch nicht aus. Riecht auf jeden Fall Kakao. Oh. Schmeckt, also es riecht sehr süß und es schmeckt auch süß, also so zuckrig irgendwie am Anfang. Dann kommt Schokolade und dann kommt wieder irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Lass uns gleich zu den Punkten gehen. Ja. Müller-Milch. Du guckst ja auf den Preis. Also mit dem Preis, finde ich, ist das ein Bucher. Das kannst du ja eigentlich keinem erzählen. Drei Punkte vielleicht maximal. Also von den drei Drinksorten schmeckt sie halt am kakaoischsten. Aber es ist halt super teuer und ganz dickflüssig. Wenn man jetzt nur auf den Kakao-Geschmack geht, dann würde ich sagen, kommt das Kakao, so wie ich ihn trinken wollen, würde am nahesten. Da ich weder die Dickflüssigkeit bewerte noch den Preis, würde ich dann hier für das vegane Produkt fünf Punkte vergeben. Dann haben wir unsere Alpro-Geschichte. Genau. Hat ja diesen Abgang ein bisschen irgendwie schwierig gemacht, aber es schmeckt vor allem schon diesem Kakao. Ich würde dem Ganzen rein geschmacklich drei Punkte geben. Ich glaube, ich mache sogar nur 2,5. Diesen kuriosen Soja-Eigengeschmack, der kommt mir doch noch ein bisschen zu doll durch. Heute kriegt keiner so eine richtig gute Punktzahl. Ich glaube, Oatly kriegt von mir auch nur drei. Mir geht es ähnlich. Ich würde dem Ganzen auch irgendwie drei Punkte geben, weil ja, schon schmeckt es den Kakao raus, aber hinten raus auch ein bisschen. Also wechselt einfach wirklich im Mund den Geschmack. Du denkst erst ja als Kakao und dann auf einmal irgendwie schmeckt es nach was anderem. Wer da noch was anderes weiß an Schoko-Drink, muss man ja sagen, der möge uns bitte unten reinschreiben in die Kommentare, dann testen wir das nochmal. Wenn einer seine Wand schokoladenfarbig streichen möchte, dann könnte der quasi auch Müllermilchen nehmen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.